Das war doch bestimmt auch ne Höhle, lass mal dahin gehen Ja, wir haben kaum gecaved, man Renke wollen wir? Müssen wir nur noch finden Das ist nicht schwer zu finden Ja, dann lauf ich dir mal hinterher, ne? Ach, war das nicht die Renke, ne? So, jetzt können wir... Aber, by the way, ähm... Hier ging's weiter Und da ist gleich so einer Ja, genau hier war das Ich weiß auch, hier sieht gerade nichts Creeper Wie geil Creeper Ich muss mal ganz kurz meine Options wieder runterstellen Weil ich hab das... Ne, weil... nein, nein, nein Nein, ich hab die Helligkeit ganz hoch getan, dass auch wenn's stark dunkel ist, ich was sehe Und damit ich einschätzen kann, ob die Leute, die zugucken, was sehen Hab ich das jetzt wieder runter Alter, du nimmst das doch genauso hell auf dann Nein Natürlich nimmst du das mit deiner Brightness auf Nein, hast du nicht bei Renke geguckt? Du hast doch selber gesagt, wie dunkel das ist, bei ihm war das nicht Ja, das liegt daran, dass Er die Brightness nicht so hoch hat wie du Ja, aber als er bei sich aufgenommen hat, hat er ja was gesehen Und in der Aufnahme nicht Ah, das liegt aber daran, dass das generell einfach ein bisschen höher ist Ja, ist egal, ich hab's trotzdem einfach wieder runtergemacht, damit ich halt fuck hinsetzen muss, weil sonst langweilig Okay, hier waren wir überhaupt schon Ich hab hier doch schon die ganze Lava hier weggemacht Ja, hier waren wir auch Ja, aber check ich nicht Ich dachte, wir hatten ein neues Cave gefunden da mit den Creepern Nein Anscheinend ja nicht Nein, Mann, nein Lass mal Höhe 12 gehen und dann nach Diamanten suchen Warte, wo sind wir? Ja, ja, weiter Ja, das war auch die richtige Höhe, ist ja klar Wo geht's nochmal raus? Oh, ich hab einen Fall gefunden Ach, mit haben wir angerufen Hä? Wie schnell verlier ich denn wieder mein Essen? Das ist, wenn du arbeitest, dann verlierst du das schneller Wenn du rennst, kämpfst und so Das ist ja gar keine Ahnung, Renke Ne, hier geht's Ne, wo hast du grad die Diamant gefunden? Das ist irgendwo anders jetzt, was ist? What the fuck? Wir haben zu laufen Ich bin mir den falschen Weg gegangen Auf Gottes Ganz ehrlich Ich will jetzt einmal full life haben Das kann doch nicht sein So, eigentlich schon Und wo bist du? Wo bist du? Hilfe, hilf mir mal raus You got pawned Hey, jetzt ohne Witz, hilf mir mal Wo bist du? Ja, ich hab was gegessen Ich komme Meine Fresse, ist immer so schwer mit dir, ne? Ja, ja Sagst du Ich hab ihn weggemacht So, jetzt gucken wir mal welche Höhe 12 Das heißt, ich... Ja, meinte ich doch 13, aber wir freuen ja auf 12 Das lassen wir auf 10 What the fuck? Hab ich mich erschrocken Guck mal, was ich gemacht hab, Renke Ja, ich hab Tönt mich fast Ja, genau So, welche Höhe ist das hier? Warte Ich bin zu doof, um das zu sehen 7 Okay Lass mal wieder hochgehen und dann einfach auf 10 Und dann so... So ein bisschen... Come on So, das... das finde ich ist eine gute hier Das ist jetzt 12 Mach ich nach... nein, ich will... ich will erst mal hier Mach nicht die Facke weg Hab ich Pass auf, hier geht's wieder runter Willst du verarschen? Hier können wir nicht buddeln, ey Du bist unsicht... ach se Gott Hä, dann bauen wir... Warte, warte Bauen wir einen Stein auf dem Boden Ja Bauen wir einen Stein auf dem Boden Hä? Was für Stein Paggele So meinst du du was? Ja, aber da ist doch dann wieder was Ja, dann bau weiter Steine auf dem Boden, wir werden mal was auf dieser Ebene Gott dich Ja, dann lass einfach eine hochgehen Warte Ja Ja Ah, jetzt geht's bei mir... bei mir ist wieder normal Renke Gravel baut man mit, ähm... Ja, dann mach's mit Hand Ups, das ist eine sinnlose Facke Weil Renke sie zerstören würde Hä, jetzt sind wir schon wieder irgendwo What the fuck? Dann komm mal mit Viertel von der Eskwegzeit, sollen wir mal rühren Komm, hier bauen wir jetzt weiter Warte, welche Höhe? Falsch Zehn Das heißt wir bauen... Bau mal einen nach oben Wir bauen auf Höhe elf und dann halt drei hoch oder zwei hoch Na Nice Alter, ich liebe es Jetzt baut da aber nicht zu viel von ab, sondern schildert das irgendwie aus oder so, keine Ahnung, weil wir brauchen diese Spitzhacke mit Glück Hä? Ich baue doch gar nicht mit der Diamanthacke Ja, aber ich... wir brauchen die Diamanthacke mit Glück, dann können wir nämlich aus einem Haufen Diamanten drei Diamanten kriegen oder so Ja, das dauert eh noch ewig, bis wir das haben Nein Natürlich Warum sollte das ewig dauern? Ja, weil man erstmal richtig oft verzaubern muss, um ein bisschen Glück zu haben und dieses scheiß Ding zu kriegen Nee, du musst einfach nur ein... ich hab das Level, um das zu verzaubern 30 Ja Er renkelt nicht... Ja, das war hier unten, da war noch Eisen und so Tut mir... Ja, dann lass jetzt wieder einen hochbauen Ja, ist schon okay, sorry Soll ich Eisen liegen lassen? Das ist ja unnötig Nein, nein, natürlich nicht Okay, du hast meine Position also... Ja Einen hochrenkel Dann ab da Oh, ich hab einen Monster gehört Ich hab... ich hab glaube ich dieses Zombie gehört Nice, danke Okay, ähm und 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 Achmed, also diesen Bugenschützner Also wir brauchen viermal Obsidian, ein Buch und zwei Diamanten Viermal Obsidian? Ja, hab ich mich geirrt Jo Mach ich dann aufm Rückweg und ein Buch Hattest du nicht schon Zuckerrohr gefunden, Max? Ich hab... ich hab... Uffs Mach dir einfach auch mal so ne Hacke Ja, wir... Ah, das ist ja okay THX Ja, warte, da hinten war auch noch... Wir müssen uns bei euch auch noch mal kurz ab Das bringt Erfahrung Und ich baue halt jetzt grad eigentlich nur mit Steinhacker, nur halt die besonderen Sachen mit anderen Sachen Ja... Hey, Gold Sorry, wenn ich... Nice Hast gesehen, ne? Jaja Naja, okay, es dauert vielleicht doch noch ein bisschen, aber... Ja... Außerdem findet man ja relativ... Weiß nicht, nicht relativ schnell, aber wir nehmen trotzdem das Diamant mit, was wir jetzt finden, ne? Jaja, klar Nimm's einfach mit, wie man... Es gibt noch einen Haufen Diamanten auf dieser Welt Easy Easy Ja, nett Nett, er baut nur bei sich weiter, ey Ja Helf mir mal kurz, dass ich dich wieder einhören Hä? Warum ist doch kein Wettrennen oder sowas? Okay Ja schon, aber ist ja ähm lustiger, wenn wir auf ner Höhe sind, also besser Mach mal, wenn du... Nein, ich hab ja den Weg mit Pack 4 Ja, ne, ich glaub wir sind auf Höhe 11, ne? Ja, Leute, das ist ziemlich interessant immer zuzugucken bei Budden Ich hätt auch lieber nen Cave, aber wir haben leider keinen Cave, wir suchen sozusagen gerade nen Cave Weil nen Cave auf Höhe 12 ist das Beste, was gibt man Hey, eigentlich voll scheiße Ja Am besten müssen wir jetzt nen Schlucht auf Höhe 12 finden, man, das ist das Übelste Übelste Haha 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 Na Genau in der selben Sekunde hauen ineinander Wollen wir nochmal da zurücklaufen und gucken, wo die Monster da gebrüllt haben? Komm, das mal machen Warte Mit einem Ohr an der Wand Da hast du... du hast Kopfhörer auf, da hörst du nix Ohhhh Ohhhh Tio Ehh mann Ich hab noch was, dann helf ich dir eigentlich Ich hab noch was zu wenig, äh zu wenig, nao schon wieder Ich hab nix Dann ist was Du hast jetzt schon nix mehr, ich hab dir sieben Dinger gegeben Ist die alle vom Braten? Ich habe keine Half-Life und deswegen regeneriere ich nicht. Was, Half-Life? Ich habe mal Half-Life. Zwei oder drei. Du sollst Minecraft spielen und nicht Half-Life. Wir müssen auch mal was richtig essen. Halt mich zurück! Wir müssen auch mal was richtig essen und nicht mehr so verrottetes Fleisch. Ja, Martin ist ja dafür zuständig. Was für ich zuständig am Arsch? Jaja, am Arsch töt' ich irgendwas. Martin ist doch ein friedfertiger Mensch. Ja, genau. Ist deine Hackerspitze kaputt? Ja, ich habe vorgesagt. Ich nicht. Ich habe ja schon drei verballert. Ich habe auch schon zwei. Ich muss gleich mit meinen Eisen weiterbauen, aber passt. Diamant lasse ich erstmal in Ruhe. Ist auch better so. Oh! Better? Nein! Entschuldigung! Du willst doch nur wieder aufholen und das Eisen, ne? Nur so. Jung, ich wollte ne Fackel insetzen, ja. Du willst mir nur bloß sein. Er denkt schon. Oh my god. Ich bin jetzt rechts. Das ist der Orvilus. Er stellt mich jetzt Blöcke in den Weg. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe keine Lust mehr gerade auszubauen. Jetzt hör mal auf! Max, hör mal auf damit und weiterarbeiten. Du brauchst immer Leuten in den Weg, ne? Martin, sag mal, er soll aufhören. Guck mal. Fuck it, fuck. Fuck it, Rick. Ich habe gesehen. Was gesehen, Rink? Du hast ihn abgebaut und äh, du hast die Ohren abgebaut und dann... Ja, leck mich. ...und dann so alles runtergefallen hat und dann ist doch der Fackel und Bum. Ist schon klar. Enke, du hast da richtig Ahnung von dem Spiel. Wie kommt's? Weiß nicht. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Lass mal Cape mich. Ich habe ihn gezogen. Ja, wir haben ihn gezogen, seitens... seitens Dankbar, leider. Trostorin. Ich habe Level 8 verloren durch mein... Ich habe ihn gerade weggeworfen. Hab ich Kugel gedrückt? Ah, hier. Ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht geworfen. Ich muss auswählen auf Kugel gekommen sein. Ich werde wahrscheinlich die Mode machen. Ich habe jetzt deine... Ey! Hast du die kaputt gemacht? Ey, ich habe deine Reihe übernommen. Verpiss dich. Weiß nicht, weil ich keine Lust mehr hatte, hier weiter zu bauen, weil da so ein Loch drin war. Oh, Reinke? Wollen wir mal gucken, ob dahinter wieder was sitzt hinter dem Girl? Ich guck das mal. Wünscht mir die Daumen, drück mir die Daumen. Wünscht mir die Daumen. Ja. Ich habe meine Beine schon verloren. Ich höre ganz düstere Musik. Habt ihr das auch gehört, Leute? Das Zeichen. Und was haben die Leute gesagt, Max? Machst du Spaß? Renke, komm hoch und helf mir! Ich stirb. Guck mal, du da rechts bei der Erde. Weil hinter Erde oder Gravel, so haben wir doch auch die Creeper gefunden letztens. Max, es ist nicht immer hinter Erde und Gravel. Ja, nein, nicht immer, aber oft. Ich hab' immer wieder Sonder, es kommt die Erinnerung. Rekli, gut, dass du mit Redstone abprallst. Ich habe eine Schaufelmann. Ok Und ich will das nicht mehr Ja, das ist schlau, weil es geht genauso schnell Aber Martin, du musst dir vorstellen, er steht hier und baut mit Redstone-Grabber ab Das sieht so lustig aus Ich würd's ja mit ner Dingster-Fackel machen und dann kannst du die da direkt runter setzen Leid gewusst Ach übrigens hab ich ne Cave gefunden, die direkt bei unserem Haus ist, aber juck keinen, oder? Komm, Renkel, lass den gehen, ich hab keinen Bock mehr hier Also, wo eine direkt unter der Oberfläche ist, ne? Ja, egal Also, Max, du tötest alles, was kommt Ich hab nur noch einen live Richtig jetzt? Ein Herz oder ein Essens? WTF? Ich hab dir da Essen hingelegt Jetzt muss ich erstmal wieder gucken Ich find's aber unnötig, dass wir uns nicht porten dürfen Dass wir uns irgendwie nicht nach Hause porten dürfen, weil eigentlich ist das logisch Hä, bin ich jetzt falsch genug? Hä, hier ist ein Zombie Moin Also, er ist im Boden, doch, natürlich Weil, guck mal, das ist doch nur unnötige Laufarbeit, die wir einfach überbrücken könnten, Martin Ganz ehrlich Aha, aha Tell me more, please Ach so, sollten wir dann irgendwelche Wege bauen, oder irgendwas? Wo bist du denn? Alter, ich bin fast gestorben, weil ich in der Welt gerückt wurde Wow Richtig dirty Ich konnte nicht Jetzt weiß ich, wo du warst Ich bin fast gestorben Sag mal, wo's lang geht Ich hab's schon wieder vergessen Ach, du bist so unkoordiniert Ne, das heißt es nicht Dann gehst du schon wieder falsch in den Weg, Max Ja, mein Unorientiert Unkoordiniert bist du aber auch Ne, eigentlich nicht Nein Nein Also, wir brauchen wirklich mal richtiges Essen, Martin, ey Was denn? Mach mal Essen Leck mich am Arsch Warum? Das ist bestimmt haarig Weil ich euch kein Essen gebe Ja, und? Aber dafür männlich Oh yes, ich hab auch ne Schlucht gefunden Männlich aber haarig Jawohl, ich mag Schluchten Welche Höhe? Ja, hier hinten irgendwo Hallo Verstehst du? Ja, wir sollten immer Treppen reinbauen und nicht diese scheine Steine Ja, renk Ja, bau doch Ich weiß, wie Streppen gehen, du auch? Ja, ja, ja Huhn gefunden Aber es ist im Wasser und das wird ganz schwer da rauszukriegen So, Martin, sag, wo du bist Komm, wir töten Willst du gar nicht wissen Komm her, Huhn Nein, lauf doch nicht weg Wuhh, ich weiß